Wie verhält sich eigentlich die Mutterhündin nach dem Werfen der Welpen? Willkommen liebe Freunde der Fellnasen bei Geballtes Hundewissen in unter einer Minute Part 44. Sofort beginnt sie den Welpen abzulecken und achtet insbesondere darauf, das Fruchtwasser vom Kopf und Maul des Kleinen abzulecken. Das ist ein sehr wichtiger, natürlicher Reflex. Weiterhin wird der Neugeborene durch die Mutterhündin eifrig beleckt und bekommt dadurch eine gründliche Hautmassage. Die dafür sorgt, dass die Atmung und der Kreislauf angeregt werden. Dann wird das Fell vom Schleim befreit, der am ganzen Körper der Welpen anhaftet. Die folgende Nachgeburt wird von den allermeisten Hündinnen sofort aufgefressen und das sollte man auch, wenn es eklig anbehundet, auf jeden Fall zulassen. Also liebe Hundefreunde, noch etwas Wichtiges am Ende. Ist der Welpe ca. 2 Wochen alt, sollte er eine Wurmkur verabreicht bekommen. Wiederholt wird das Ganze in 14-tätigem Abstand. Ist der kleine 3 Wochen alt, erfolgt die erste Impfung. In dem Fall gegen Zwingerhusten. Über Impfungen informiert euch gerne der Tierarzt eures Vertrauens. Ich werde zeitnah selber in einem Video über Impfungen sprechen. Sollte sich der Welpe auffallend ruhig verhalten, kein Gewicht zulegen und oder Durchfall haben, geht bitte schleunigst zum Tierarzt. Übrigens, zu welcher Rasse oder Mischlingsrasse gehört eigentlich eure Fellnasse? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Habt ihr weitere Fragen, dann schreibt die auch in die Kommentare. Teilt das Video, lasst dein Herz da und folgt mir für weiteres Hundewissen. Habt noch einen schönen Tag, euer Herr Hundepsychologe.